Im Endeffekt ist es immer noch eine Mischung aus schnell spielen und langsamer, aber du musst halt im richtigen Moment schnell spielen und im richtigen Moment langsam. Ja kurz, wir müssen halt aufpassen mit Recoil. Oder was hast du? Wepper AK 206, äh 209, also die 366er Kaliber. Wobei ich hab die AKSU, also mit der zieht's halt auch von mir und alles. Ja, das ist übel mies, ich hab schon überlegt die einfach zu verkaufen, Alter. Die kannst du vielleicht für die Factory nehmen, aber selbst da. Waiting for players. Get ready to die. Reichts hoch, reichts hoch, reichts hoch. Ja, aber dann sind wir alle drei in drei Minuten tot. Profezei ich jetzt mal. Ich stirb die Zeit. Ja, oder wir werden von hinten abgefischt. Ja, dann hätten wir halt runtergehen müssen. Also ich bin da, wenn ich sag ich spawnd bin in der Zeit immer. Also jetzt sagen, was heißt in der Zeit jetzt sagen. Weil die paar mal immer besser befahren, wenn ich runter bin. Aber egal, wird schon. Musst du ausschnauben. Ja, dann lass hier kurz warten. Wenn du willst. Naja, ich bin schon wieder fast aufgeladen. Müssen schon weiter, wir können jetzt sicher stehen bleiben. Aha. Starft du da einen Backer vorne? Oder eher an einem LKW. Der war irgendwo so zwischen den Holzdingern. Zwischen den Holzstapeln. Lass uns dich schon wegfarmen und dann auf den Sniperhügel aufpassen. Ja, ich muss, wo ist der? Der ist irgendwo hinter dem Holz. Nein, der ist rechts am Holz, der Sniperhügel. Achso, der Scaf. Nein, der Scaf meine ich. Da läuft einer. Was hast du an, Uwe? Nein, das bin nicht ich. Also ich bin da und fängt auf die Mutter los. Kannst du abhaken da direkt hinzu? Dann warte lieber, bis der aufs Nassbaum. Scheißt Taktik. Ab 1 Scaf. Ich bin vor dir, rechts vor dir. Das bin ich. Pass auf, rechts ist auch der Sniperhügel. Da können auch offenbar welche sein noch. Ja, auch mal rechts an der Mauer. Bin links von dir. Checkpoint sieht aus, ob als der Kofferraum noch zu ist, aber es kann ja auch wieder Anzeigefehler sein. Da vorne ist Spieler. Am Container, rechts vom Container. Der ist da, aber nicht von mir. Ja, da ist noch jemand, der hat geschossen. Links vom Checkpoint liegt auch eine Leiche auf dem Feld, auf einem Feld. Ich laufe rechts weiter an der Mauer. Ich rück nach, zum Stein. Ich laufe jetzt übers Feld Richtung Container. Looted einer. Warte, warte, warte. Down. Nice. Schüsse am Holzding. Lass dich schnell nutten und dann raus. Schüsse auf mich. Vom Bunkerseite. Ja, von rechts. Jo, ich geh weiter. Von rechts. Bin auf der anderen Seite auf dem Stein, werd beschossen. Scheiße, ich seh nicht wo die sind. Ich auch nicht, keine Sicht. Das ist doch so behindert mit diesen Grafikfehlern. Weiter links von dem SCAV Haus Richtung. Oh, ich hab ihn getroffen. Bin down. Auf dem Hügel Richtung SCAV Hütte. Da war der. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter.